Thomas Gottschalk nach Verlobung, Theas Reaktion spricht Bände. Thomas Gottschalk ist verlobt. Und das gerade einmal einen Monat nach seiner Scheidung von Ex-Frau Thea Gottschalk. Ob er das nun bitter aufstößt? Ganz 21 Jahre lang war Thea Gottschalk, 78, die Frau an der Seite des Kultmoderators Thomas Gottschalk, 74. 2019 dann der Schock, Thea und Thomas gaben ihre Trennung bekannt. Fünf Jahre später, nach fast 48 Jahren Ehe, ließen sie sich nun im Mai 2024 vor dem Amtsgericht München scheiden. Für den Wetten, dass Moderator scheinbar kein Grund zur Traurigkeit. Nur einen Monat später machte er jetzt die Verlobung mit seiner neuen Freundin Karina Mross, 62, öffentlich. Die Reaktion seiner Ex-Thea spricht Bände. Thomas Gottschalk und seine Karina sind bereits seit 2019 ein Herz und eine Seele. Jetzt stellte der Entertainer seiner Liebsten bei einem entspannten Kurztrip in die Sonne die Frage aller Fragen, wie Bild berichtet. Und Karina? Die sagten natürlich sofort Ja zu ihrem Thomas. Berührt berichtet Thomas dem Blatt, während ich schon den Kniefall übte, meiner größte Sorge war, danach nicht mehr auf die Beine zu kommen, fiel mir auf, dass der Verlobungsring fehlte. Wie romantisch! Eine, die das aber scheinbar gar nicht so süß findet, ist wohl seine Ex-Thea. Verletzt es sie etwa, dass ihr Verflossener nur einen Monat nach der Scheidung bereits einsteigt? Wer von einer anderen den Ring, oder in diesem Fall das Bonbon-Papier, an den Finger steckt? Während unzählige Promi-Kollegen, wie Eveline Burdecki, 35, Viktoria Swarovski, 30, Frauke Ludowig, 60, oder auch Vera Intveen, 56, in den Kommentaren zu dem Verlobungsboss des Moderators auf Instagram ihre Graduationen ausrichten, fehlt von Theas Zuspruch dort jede Spur. Thomas bedankt sich öffentlich unter dem Bild mit den Worten, Danke für alle guten Wünsche. Schön, dass ihr mir das Glück so gönnt. Ob er sich wohl gewünscht hätte, dass seine Ex-Thea ihm sein Liebesglück mit Carina genauso gönnt? Öffentlich äußerte sich Thea Gottschalk noch nicht zu den Verlobungsnews. Doch wer weiß, vielleicht hat sie ihrem Ex auch privat bereits ihre Gratulationen ausgerichtet.